Weißt du noch, wann du zum ersten Mal ein Dinosaurier gesehen hast? Ich kann nicht glauben, dass schon 25 Jahre vergangen sind. Für Kinder, die Dinosaurier lieben, sind die Jurassic-Filme die perfekte Möglichkeit, ihre Träume wahr werden zu lassen. Man kann es kaum glauben. Das ist Wahnsinn! Es war das Kinoereignis des Sommers. In Jurassic World, das gefallene Königreich, kehrten Bryce Dallas Howard und Chris Pratt zurück in den zerstörten Freizeitpark. Das wird der Hammer. Die Story setzt einige Jahre nach Jurassic World ein. Es droht die Auslöschung allen Lebens auf Isla Nubla, weil der Vulkan der Insel ausbricht. Alle Dinosaurier werden sterben, falls Claire nichts dagegen unternimmt. Wie viele können Sie retten? Elf Spezies. Blue war die letzte ihrer Art. Sie werden sie niemals fangen. Wir hatten gehofft, sie kennen jemanden, der helfen könnte. Und damit kommt es zum Wiedersehen mit Owen und Claire, dem Paar, das wir im ersten Jurassic-World-Film lieben gelernt haben. Sie müssen entscheiden, ob sie auf die Insel zurückgehen, um die Tiere zu retten. Wenn ich nicht zurückkomme, denk immer dran, dass du mich hergebracht hast. J.A.'s Film erinnert mich an den ersten Jurassic Park. Es ist ein atemberaubendes Abenteuer. Ich komm schon klar. Spektakuläre Effekte und atemlose Action. Jurassic World. Das gefallene Königreich.